BVB Total im Doppelpass mit der Telekom wird präsentiert vom Mediamarkt Club. Herr Tuchel, denken Sie, dass die Südtribünensperre morgen einen Einfluss aufs Spiel haben wird? Ja, das glaube ich ganz sicher, so wie sie einen Einfluss aufs Spiel hat, wenn sie voll ist und so wie sie einmalig ist vielleicht auf der ganzen Welt und wie es einfach ein unvergessliches Erlebnis jedes Mal ist, von dieser Tribüne vor dieser Tribüne zu spielen, für diese Tribüne zu spielen und das auf jeden Fall auf uns und auf jeden Gegner einen Einfluss hat, hat das im Umkehrschluss selbstverständlich auch einen Einfluss, wenn sie leer ist. Es ist sehr schade, dass wir die Ersten sind, die diese Erfahrung machen müssen beim BVB, wir im sportlichen Bereich machen müssen, die Mannschaft, das Trainerteam und natürlich auch viele auf der Tribüne, die sich nichts haben zu schulden kommen lassen. Das ist sehr schade, aber wir kommen nicht drum herum. Anne van Eickels vom WDR-Funk, bitteschön. Kannst du da die Mannschaft noch vorbereiten? Gar nicht, sie war ja noch nie da, also die Situation gab es ja noch nicht und ich weiß jetzt auch nicht genau, was wir jetzt thematisieren. Dann sollten Spieler sagen, morgen ist übrigens leer oder keine Ahnung. Also es ist, wie gesagt, wir sind sehr traurig, dass es so ist und wir sind vor allem deshalb traurig, weil wir natürlich berechtigterweise auch das Gefühl haben, dass wir nichts gemacht haben. Aber die Leidtragenden darunter sind und weil ich auch nach wie vor das Gefühl habe, dass über 24.000 auf der Süd das gleiche Gefühl morgen mit sich rumtragen, nichts getan zu haben und trotzdem halt kollektiv bestraft zu werden. Gibt es weitere Fragen? Sebastian Wessling hebt zögerlich die Hand, deswegen bekommt er auch das Mikrofon. Ich fand das sehr dynamisch. Ich würde eine sportliche Frage dann stellen wollen, zum Personal, wie sieht es da aus? Papa haben wir heute vorsichtshalber nach Hause geschickt, er hat sich etwas kränklich gefühlt, ist aber noch nicht ganz ausgeschlossen, dass er morgen kann. Und Rafa ist auch eine Vorsichtsmaßnahme, Rafael Guerrero haben wir heute behandelt und der wird morgen früh testen. Ansonsten ist niemand Neues hinzugekommen. Sportlife, Bijan bitte. Ja, Herr Tuchel, im Hinspiel sagten Sie, dass 5 zu 1 sein ein bisschen hoch ausgefallen, weil gerade der VfL Wolfsburg, wenn er im Rückstand ist, sehr druckvoll agiert. Jetzt haben Sie einen neuen Trainer mit Valerien Ismail. Inwiefern hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert? Ja, komplett verändert. Neuer Trainer, neue Spieler, im Weggang von Traxler, viele Spieler in der Winterpause verpflichtet, deshalb ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Neue Grundordnung, neue Taktik, neue Spieler auf neuen Positionen, hat nichts mehr mit dem VfL Wolfsburg aus der Hinrunde zu tun, als wir noch gegen sie gespielt haben. Björn Pinnow, Radio 91.2, das Mikrofon kommt. Ober hat ja zuletzt nicht durch Treffsicherheit geglänzt. Sie hatten ja auch gesagt, der ist vielleicht auch ein bisschen müde, hat er selber auch gesagt. Bekommt er eine Pause, weil er müde ist oder darf er wieder ran? Ja, das wäre wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt jetzt, ihm eine Pause zu geben. Wir haben sehr lange überlegt, ob wir ihm die Pause gegen Darmstadt geben. Dann wollten wir dieses Zeichen intern und nach außen auf keinen Fall setzen. So quasi, ah, guck mal, zwischen Pokalspiel Leipzig und Champions League gegen Darmstadt lassen sie ihren besten Torschützen draußen. Das wollten wir unter keinen Umständen machen. Haben ihm damit natürlich nach der ganzen Verlängerung, nach dem intensiven Spiel gegen Leipzig, Verlängerung Hertha, nochmal 90 Minuten aufs Auge gedrückt, die er auch gespürt hat und die er auch natürlich spürt, weil diese Rückrundenvorbereitung mit Afrika Cup und so weiter für ihn nicht so war, dass er absolut hundertprozentig fit ist. Und deshalb haben wir vor dem Spiel bereits in Lissabon drüber gesprochen, um über 65, 70 Minuten. Gut, es war dann ein sehr unglückliches Spiel und es ist, finde ich, sehr wichtig, dass Ober am Morgen wieder spielt und wieder beginnt. Und auch so lange spielt, so lange er kann, um da auch im besten Fall natürlich dann auch sofort wieder zu treffen und das Gefühl dann auch wieder zu bekommen, dass er benötigt, um uns so zu helfen, wie wir das auch natürlich benötigen, dass er uns hilft. Sebastian Kolsberger von der BILD-Ober war ja sehr enttäuscht nach dem Spiel, dass er nicht das Tor gemacht hat. Wie haben Sie ihn in den Tagen danach erlebt? Hat das noch an ihm genagt oder kann er sowas komplett ausblenden und da weitermachen, wo er vorher auch war? Das hat auf jeden Fall einen Tag an ihm genagt und musste das natürlich auch verarbeiten. Und er war sehr, sehr enttäuscht auch darüber, dass ihm das nicht geglückt ist. Und es war ja wirklich ein Spiel eigentlich gemalt für ihn. Die Torchancen sind prädestiniert für Ober, um dort in Lissabon auch wirklich dreimal zu treffen. Das haben wir unzählige Male haben wir das von ihm bekommen. Deshalb, wir haben das thematisiert, es steht niemandem zu, mit dem Finger auf Ober zu zeigen. Das hat auch gar niemand gemacht und sind wir weit, weit davon entfernt. Es dauert dann halt so seinen Tag und wir haben ja dort in Lissabon dann nochmal trainiert. Da hat er regeneriert und dann am gestern Nachmittag war die klare Aufforderung an ihn auch, mit einem Lächeln zu kommen. Und er ist mit einem Lächeln gekommen und geht das schrittweise vorwärts. Das ist immer mal drin, dass du als Stürmer Chancen verpasst und dass du einen Tag hast, an dem du irgendwie den Ball nicht so sauber triffst, wie du ihn treffen solltest. Und das war ganz sicher so ein Tag und deshalb ist, finde ich jetzt spätestens seit Donnerstagnachmittag, also seit gestern Nachmittag im Training ist der Blick nach vorne gerichtet. Jens Mindorf von Sport1 lächelt auch gleich und stellt die nächste Frage, bitte. Ja, nochmal eine Frage zur gesperrten Südtribüne. Inwiefern ist es denn wünschenswert oder hoffen Sie, dass vielleicht die Fans, die da sind, das zumindest ein bisschen ausgleichen können? Das wird nicht möglich sein, sonst wäre die Süd nicht die Süd. Und deshalb, ich bin mir sicher, dass alle anderen versuchen, in die Bresche zu springen. Wir wollen natürlich das klar kommunizieren. Wenn wir gefragt werden, ist das auf jeden Fall so, dass wir die Süd vermissen werden. Aber wir werden das nicht als Alibi benutzen und auch nicht im Vorfeld als Alibi benutzen. Wir können da offen ehrlich drüber sprechen. Aber morgen werden wir versuchen, bestmöglich mit dieser Situation umzugehen, mit dieser Bestrafung umzugehen. Ich würde auch gerne dann noch vielleicht ein allerletztes Statement dazu abgeben, bevor einfach auch dort so die ganz große Moraldebatte geführt wird. Wir sprechen ja auf jeden Fall von der gleichen Südtribüne, die gegen Mainz zusammen mit den gegnerischen Fans einfach mal spontan auch geschwiegen hat durch die ganze zweite Halbzeit hindurch mit den gegnerischen Fans aufgrund eines Unglücksfalls oder zweier Unglücksfälle während des Spiels. Wir sprechen von der gleichen Südtribüne, die von der UEFA noch vor ein paar Wochen den Preis bekommen hat für die beste Stimmung in einem Europapokalspiel der vergangenen Saison, gemeinsam mit den Fans von Liverpool. Also das ist die gleiche Südtribüne. Und da, finde ich, verbietet es sich mit dem großen moralischen Zeigefinger drauf zu zeigen. Und deshalb ist es sehr, sehr schade. Und für alle, ich würde es jetzt gerne umdrehen, für alle, die morgen zuschauen müssen und sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, versuchen wir auf jeden Fall, das Spiel zu gewinnen. Und dann im Anschluss spätestens gegen Leverkusen, oder was ist das, wieder gemeinsam dann die 90 Minuten zu feiern. Sebastian Wessling noch einmal. Das war ja schon öfters Thema, dass die Mannschaft, die Sie im Moment haben, eine junge, teils sehr unerfahrene Mannschaft ist. Und man hat von außen schon das Gefühl, dass es gerade diese Mannschaft ihr besonders gut tut, wenn sie so eine positive Verstärkung von außen hat, was man ja vielleicht auch ablesen kann an den unterschiedlichen Auftritten heim und auswärts. Glauben Sie, dass es bei dieser Mannschaft eben noch mal stärker ist als bei anderen Mannschaften, die Sie schon in der Vergangenheit trainiert haben? Ja, ich finde den Nachteil jetzt groß genug. Ich will jetzt nicht noch größer reden und herbeireden, als es sowieso schon ist. Uns wird das auf jeden Fall fehlen. Und das wird nun mal so sein, aber trotzdem liegt der Fokus jetzt von mir und im Zusammenspiel mit der Mannschaft ganz klar auf dem sportlichen Inhalt und darauf, wo wir Wolfsburg wehtun wollen und wie wir das angehen wollen und wo wir die Qualität von Wolfsburg dann auch verteidigen wollen und so weiter. Und deshalb ist es auf jeden Fall unser Anspruch, daraus ein typisches Heimspiel zu machen, auch wenn es sich dann vielleicht rein akustisch und auch emotional in der Dichte nicht ganz so anfühlt. Aber wie viel sind denn im Stadion noch? 56.000, das glaube ich. Das werden wir gemeinsam hinbekommen, dass auch das sich wie ein Heimspiel anfühlt. Ich schaue noch einmal in die Runde, ob es eine Frage gibt. Und der Arm von Björn Pinnow geht hoch, bitte. Das Mikrofon einmal bitte an den Kollegen vom Radio. Danke. Ja, dazu zum Thema Heimspiel ist da sogar ein Vorteil, gegen Wolfsburg zu spielen, weil die zeichnen sich jetzt nicht unbedingt aus durch einen großen, stimmgewaltigen Anhang. Ach so. Ja. Also es ist immer ein Vorteil für uns zu Hause zu spielen, aber Sie meinen, weil Wolfsburg nicht so viele außer, als wenn es mitbringt. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und will ich jetzt auch niemand herausfordern, morgen extra Gas zu geben und das Gegenteil zu beweisen. Bidjan. Ja, Herr Tuchel, Sie sagen ja öfter, dass Sie sich gerne freimachen möchten von irgendwelchen Einflüssen von außen. Ich würde gerne wissen, diese mediale Berichterstattung in den letzten zwei Wochen, die auch ein bisschen nicht immer positiv war, oder hat die in irgendeiner Weise Einfluss auf die Mannschaft gehabt und haben Sie vielleicht die Möglichkeit, die Mannschaft vielleicht davon auch zu befreien? Ich? Ja, generell. Ja, wir können versuchen, die Handys einzusammeln und das WLAN abzustellen zu Hause bei allen. Dann wäre das möglich, ansonsten können wir niemandem verbieten, Berichterstattung zu lesen, Fernsehen zu schauen oder mit Leuten zu sprechen, die das wiederum tun. Zum ersten Teil Ihrer Frage, also wenn ich die Mannschaft jetzt sehe in den Spielen gegen Leipzig, Hertha und Lissabon, dann finde ich, dass wir von diesen vier Spielen, da gehört natürlich leider auch Darmstadt dazu, drei herausragende Spiele gemacht haben und uns in keinster Weise haben beeinflussen lassen durch die Unruhe, die herrscht. Nichtsdestotrotz würden wir uns Ruhe wünschen, mehr Ruhe wünschen. Aber was wir tun können und zum ersten Teil Ihrer Frage, sich davon freimachen und versuchen hier in Brackel natürlich eine Atmosphäre zu schaffen, in der man offen und ehrlich miteinander umgeht, in der man konstruktiv und auch mit der nötigen Ruhe und Erholung Sachen analysieren kann, auch Kritik äußern kann, loben kann und sich so vorbereiten kann, und dass man immer wieder in der Lage ist, so zu spielen, wie wir das können, auf einem sehr hohen Niveau. Das ist unsere Aufgabe und ich habe das Gefühl, dass wir das dann gut schaffen. Und alles andere ist mühsig zum großen Thema zu machen, weil das ja auch, wenn überhaupt, fast gar nicht beeinflussen kann. Zeit für eine abschließende Frage hätten wir noch, so es sie denn gibt. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend und morgen einen hoffentlich erfolgreichen Tag, jedenfalls aus unserer Sicht im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss.